Hallo Freunde und herzlich willkommen zur Gewinnspielauflösung von der schönen Adventsverlosung Teil 3 diesmal. Heute präsentiert von Lamisilcreme für Sicht und spürbar gesunde Füße. Schluss mit den Zockerkäsequanten aus den Müffelschuhen. Ja, das hat jetzt alles ein Ende mit Lamisil. Jetzt informieren. Gut, soviel dann für die Werbung. Also jeweils ein Minecraft-Key. Ist ja hier zweimal ein Minecraft-Key verlost. 14 Kommentare habe ich hier drunter gehabt. Das waren aber nur 11 Leute. Die 11 Leute habe ich jetzt hier in die Liste. Nummer 1 und Nummer 2 werden jetzt einfach einen Minecraft-Key gewinnen. Und das wären dann der Lonely Perch LP und der Peanuts. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ihr schickt mir bitte eine Mail auf YouTube oder per Gmail an saintslp at gmail.com und dann bekommt ihr von mir dann den Minecraft-Key. Ich gebe euch da mal so Zeit bis Donnerstag. Das wäre ganz nett, wenn das dann bis dahin erledigt wäre. Sonst müsste ich das dann neu verlosen. Aber ich glaube, das klappt. Das hat bis jetzt immer geklappt. Und ja, das kriegen wir hin. Gut, ja, noch kurz ein Wort zur Verlosung Nummer 4 für die, quasi für das Weihnachtsspecial. Da werde ich jetzt Anfang der Woche ein Video drüber machen. Also die Woche geht ja jetzt los. Vor 21 Minuten ging die Woche los und ich bin wieder im Minus mit meinem Soll. Aber es wird auf jeden Fall ein Video kommen. Ich denke mal spätestens am Dienstag ist es live. Und da könnt ihr dann, also da habe ich dann auch die Preise zusammengesucht und so weiter. Und darunter könnt ihr euch dann auch wieder bewerben für die Preise, die wir dann raushauen hier am Ende der Woche. Ich möchte gucken, dass ihr das bis Weihnachten habt. Das heißt also, es wird wahrscheinlich dann wieder irgendein Key sein oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall irgendwas, was man online schnell verschicken kann, damit ihr das auf jeden Fall noch vor Weihnachten habt. Weil sonst ärgern wir uns alle. Das wollen wir natürlich nicht. Gut, auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und ja, an alle, die nicht gewonnen haben, tut mir leid. Ich hoffe beim nächsten Mal habt ihr mehr Glück. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.